Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen zu einer neuen Geschichte von Nosa Pesestian aus diesem fantastischen Werk der Kaufmann und der Papagei, das dieses Jahr 40 Jahre alt wird. Und heute habe ich eine besondere Geschichte und nach der Geschichte werde ich wieder einige Gedanken dazu vorlesen, die Nosa Pesestian dazu in seinem Buch geschrieben hat. Und die heutige Geschichte heißt Die Drohung. Also lehnt euch gespannt zurück und haret der Dinge, die da kommen werden. Die Drohung. Der Esel des Mullah war gestohlen worden. Voller Zorn rannte der Bestohlene auf den Bazar und schrie dort mit lauter Stimme. Derjenige, der mir meinen Esel gestohlen hat, soll ihn auf der Stelle zurückbringen. Erregt mit hochrotem Kopf und geschwollenen Halsadern fuhr der Mullah mit sich überschlagender Stimme fort. Wenn ich meinen Esel nicht auf der Stelle zurückbekomme, dann, dann werde ich etwas tun, was ich nicht tun sollte. Die Menge der Umherstehenden war sichtlich erschreckt und plötzlich stand, niemand wusste, wer ihn gebracht hatte, der Esel da. Die Menge zerstreute sich. Alle waren froh, dass die Sache so glimpflich abgegangen war. Ein älterer Mann aber wandte sich dem Mullah zu und sprach ihn an. Sage mir, was hättest du getan, was du nicht tun solltest, wenn du deinen Esel nicht auf der Stelle wiederbekommen hättest. Da antwortete der Mullah, was hätte ich gemacht? Ich hätte mir einen anderen Esel gekauft und sage du mir, ob das vernünftig gewesen wäre bei dem schmalen Geldbeutel, den ich habe. Die Drohung, eine Geschichte mit einer überraschenden Wendung. Und Nosat Pesachian schreibt dazu, der erste Teil dieser Geschichte lädt zur Identifikation ein. Dem Mullah ist durch den Diebstahl seines Esels ein Unrecht widerfahren, auf das er in einer Anwandlung von Aggressionen und Allmächtigkeitsfantasien reagiert. Es wird etwas Schreckliches passieren, wenn! Insofern fällt es uns leicht, aufgrund unseres eigenen Gerechtigkeitskonzeptes die Drohung des Mullahs zu verstehen und von unseren eigenen Gefühlen her zu unterstützen. Dabei wissen wir aber auch, dass das Schreckliche voraussichtlich unangenehme Folgen hat, die wir in Gedanken vorwegnehmen. Es entsteht eine Spannung. Diese Spannung löst der Mullah auf eine überraschende Weise, welche die Situation in einem anderen Licht erscheinen lässt. Die vorher unterstellte Gerechtigkeitsforderung verblasst plötzlich hinter dem Motiv der Sparsamkeit. Ein neuer Esel würde viel zu viel kosten. Das Schreckliche erweist sich nicht als nach außen gerichtete Aggression, sondern als Konflikt zwischen den Sparsamkeitsnormen und dem tatsächlichen finanziellen Vermögen des Mullah. Durch diesen Wechsel des Bezugspunktes wird die vorher aufgebaute Spannung plötzlich entschärft. Auf diese Spannungsänderung reagieren wir durch Schmunzeln oder erleichtertes Lachen. Wir können uns von der bedrohlichen Situation distanzieren. Der Prozess der Verschiebung findet sich bei sehr vielen Geschichten wieder. Dem Hörer oder Leser wird ein Standortwechsel nahegelegt. Und dieser Standortwechsel betrifft die zugrunde liegenden Konzepte. Gegenkonzepte, wie sie in den Geschichten angeboten werden, laden zu einem derartigen Standortwechsel ein, zum Experimentieren mit ungewohnten Konzepten und Lösungsmöglichkeiten. Dabei geht es weniger darum, einen Menschen dazu zu bringen, seinen vertrauten und den vielen Schammützeln bewährten Standpunkt aufzukündigen. Mit dem Standortwechsel ist etwas ganz anderes verbunden. Bekannte Situationen werden unter einem anderen Blickwinkel gesehen, der ihnen zugleich einen anderen Charakter verleiht, sodass mitunter der Standortwechsel die Lösung eines Problems ist. Dabei wünsche ich euch wie immer viel Spaß und noch einen wunderbaren Tag und freue mich drauf, wenn ihr morgen wieder dabei seid, wenn ich die nächste Geschichte aus der Kaufmann und der Papagei. Vorlese von Nossat Peseschkian, orientalische Geschichten in der positiven Psychotherapie, erschienen im Fischer Verlag in der Reihe Geist und Psyche.